Dann einfach mal wieder morgen wiedersehen und dann heißt es mal wieder Cyberpunk. Bin gespannt. Schon lange nicht mehr Cyberpunk gezockt. Bin schon motiviert. Ah, sehr gut. Auch passend, weil wir jetzt auch Druide sind. Oh, Alter. Für das soll ich jetzt Rücksicht nehmen, oder was? Ich habe auch erst gerade abgeschlossen. Das ist lustig. Ja, die Arme. Und ich werde da geknechtet und geknechtet. So, geh mal, Burle. Geh mal, geh mal, geh mal, Havara. Da wirst du die ganze Zeit geknechtet, Alter. Da ist auch jeden Scheißegal, ob ich da gerade erst frisch Druide geworden bin. Nee, nee, nee. Alle haben gleich Erde. Alle haben gleich Wind. Na, f*** dich. Geht's doch nicht. Aber überhaupt so, für die soll ich Rücksicht nehmen. Puh. Das ist genau die Leute, die was ich gekäufe habe. Nein, das gibt's doch nicht. Die gibt mir einen Auftrag, obwohl sie selbst das... Na, vergiss mich. Jetzt habe ich mir jetzt gerade den Havara da abgeschlossen. Und wie ich da den einen oder anderen Havara störe. Und wie ich den einen oder anderen Havara störe. Das ist mir Wurscht. Soll ich sie schleichen, der Havara. Soll ich sie schleichen. Soll ich woanders ticke. Und ein bissl meditieren oder was auch immer. Gebetet. Der hat eh nix checkt. Im Wikikert ist er die ganze Zeit eingeschlafen. Und macht auf Meditation. Ach, du hast keine gute Meinung. Ah, okay. Aber für einen Auftrag bin ich gut genug. Alles klar. Alles klar. Unsempathisch hoch 10. Definitiv unssempathisch hoch 10. Ja, in dem Fall... Ja, nehmen wir mal Äther. Ja, Hauptsache wir kriegen ein bissl auch Geld. Das ist wichtig. Hauptsache wir kriegen dann ja ein bissl auch Geld rein. Tja, dann würde ich sagen, Last Mission. Bin gespannt, was müssen wir wieder tun. Einfach nur wieder auf Dead Stranding Style von A nach B hupfen. Und liefern. Oder vielleicht mal wieder was einsammeln. Oh, bist du deppert, Alter. Raytracing, schau dir das, Alter, Havaga. Bist du deppert vom Boden, Alter. Raytracing is fuck. Digga. Heftige Nummer. So weit sind die schon in dem Game. Wahnsinn. Ich muss aber auch wieder sagen, seit zwei...